Musik 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 Jocera sind absolut super Ich habe mir auch genau das vorgestellt, was Wacken bedeutet und zwar Schlamm, Schlacht ohne Kinder und alle machen mit Spaß, Matsch und Musik Für mich ist wichtig hier die Atmosphäre auf Wacken Und die Atmosphäre ist gewachsen Ich bedenke, was die beiden Wackenorganisatoren Olga Hübner und Thomas letztendlich hier gemacht haben draus gemacht haben mit der super Sahne Auf die Bands, auf das Saufen mit den Freunden Twilight Force natürlich Den Schlamm endlich mal wieder zu erleben Mir steht für mitnehmen Bier, gute Laune Lust einfach mal alles andere zu vergessen Musik Musik Musik